Hi Leute, grüßt euch. Jo, kleine Bali Session und eine Multi Session heute mit dem Mercos auch dabei. Aber ich möchte am Bali bleiben. Da habe ich den Atlas of Legends eingestellt auf Maxi Play auf einem Euro. Hoffen wir, dass wir die Scatter kriegen. Und hier hinten spielen wir mal den Dragon's Treasure auf 80 Cent. Hüpfen wir rüber, wenn die Drachen kommen. Und die Golden Rocket. Vielleicht kommt ja die vier Makete rein. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Also ab geht's Freunde. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Mit der mittlere müsste er irgendwann wieder kommen, da war schon ein langlings großes Meer. Ja, da haben wir sie drin. Stoppen wir mal den Headless Average kurz. Musik Musik Hier nochmal der Gewimpler an. Der AG ist auch schon drin. Die Raketen holen wir jetzt so. 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 Ich möchte nachher noch ein bisschen Goldstar spielen. Lass mal kurz laufen. Die Raketen holen wir jetzt so. Ja Leute ich komm wieder wenn was geht. Bis gleich. Hey Lieben. Jo ich bin's wieder. Crystal Ball auf Maxi Play. Und zwar wir wollen ja nicht übertreiben. 45. Wuh was haben wir da. 60 ist ok. Da geht's gerade im Modus an. Im Maxi Play Feature sind die Zauberer en bloc. Da geht's gerade im Modus an. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Ta geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, sind wir drin? Schön! Jetzt schauen wir mal, mit dem Zauberer en bloc, ob wir was kriegen. Ab geht's! Ja, das kann ja schon mal ein bisschen was werden, wenn er die Kleinsymbole fährt. Ja, das kann ma gar nicht! Ja. Ja, das kann man ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, mit den Zauberern und Blanc habe ich jetzt nicht so viele gesehen, ehrlich gesagt, also na ja, na ja, okay. Und die Crazy Lighter, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Spielgeld generieren. Oh, alles weg, die Crazy Lighter. Jo Leute, ich komme wieder, wenn was kommt, da kommen sie jetzt am Block. Bis dann, ciao Leute.